Das waren zwei Techniken, beide gaben jeweils einen Punkt. Der erste war ein Hauptstoß auf den frontalen Oberkörper, gibt einen Punkt. Der zweite war ein Kick zum E-Pass und gibt auch einen Punkt. Heiß! Head Kick, one point. Heiß! Heiß! Der zweite Kick war zum Kopf, an der Seite und ist erlaubt, gibt einen Punkt. Der zweite Kick war allerdings zum Hinterkopf und ist nicht mehr. Der erste Kick war allerdings zum Hinterkopf und ist nicht mehr. Der zweite Kick ist erlaubt. So, any kick to the back of the head is a warning. Alles, was an den Hinterkopf geht, ob Handtechnik oder Fußtechnik, gibt eine Verwarnung. Heiß! Der Kick wird zu back of the body. Wöne! Ebenfalls zum Rücken zu klicken, gibt eine Verwarnung. Halt! Kicking below the belt, warning. Halt! Punching to the face, one warning. No punching to the head. Punching to the face, one warning. No punching to the head. Halt! Spinning hand techniques, warning, not so loud. Hand technique, not so loud. Grabbing is not allowed, not holding. Halt! Running away and leaving the ring, warning. Point scoring, first person to three points, or the most points in two minutes. Warnings, you will begin when you get three warnings, one point detection, and you get the four warnings, disqualification. And all the warnings are curative, which means you can get a warning for a punch to the head, a punch to the face, a kick to the back, holding, running away, they all add up. All matches in two minutes long, if there is a tie, a bigger match, you are going to a disclaimer, first point please. The points are not allowed, and the judges, and the majority of the judges vote decide what the points vote. Es gibt vier Richter, die außen rum sitzen und bei einem Punkt jeweils anzeigen, was wir gefunden haben auf Sympathema und da gibt es nach Wertzahl. And finally, all competitors must have safety equipment, headguard, hands, feet, you should also have health guards and growing guards. Alle Teilnehmer müssen Schützer und Schoner tragen, für die Füße, für die Hände, für den Kopf, auf jeden Fall Mundschutz und für die Männer ebenfalls ein T-Shirt. I hope you all understand the rules. So please put on your smile and equipment, I will be calling to be sure.